Es ist ja längst kein Geheimnis mehr. Wir verlieren auf der Erde viele Lebewesen, Lebensräume und Ökosysteme. Der Oberbegriff dafür ist Biodiversität. Der WWF zum Beispiel spricht vom größten Artensterben seit dem Verschwinden der Dinosaurier. Und verursacht wird das vor allem durch die Zerstörung von Lebensräumen, durch Umweltverschmutzung und durch die Klimakrise. Ein Großteil des Verlustes dieser Vielfalt geht leider auf das Konto der Wirtschaft. Und gleichzeitig sind auch andersrum die Folgen für die Wirtschaft immens. Letzteres ist den meisten Entscheiderinnen und Entscheidern in Unternehmen mittlerweile schon bewusst. Und damit sind wir auch mittendrin beim Thema statt nur dabei. Mein Name ist Christian Bollert und ich grüße euch hier an dieser Stelle zu unserem gemeinsamen Podcast. Der Brandeins Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Eine Befragung durch die Unternehmensberatung KPMG unter deutschen Topmanagerinnen und Topmanagern vor so gut zwei Jahren hat noch ergeben, dass nur gut ein Drittel der Befragten im Verlust der Biodiversität ein Geschäftsrisiko sehen. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt Ende 2023 auch Deloitte. Doch künftig werden Unternehmen Rechenschaft darüber ablegen müssen, ob und wie weit sie von Biodiversität und Ökosystemen abhängen. Denn dazu zwingt sie die Europäische Union im Rahmen des sogenannten Green Deal. 50.000 Unternehmen in Europa, darunter alleine in Deutschland gut 15.000 und in diesem Jahr 500, werden durch die Corporate Sustainability Reporting Directive, kurz CSRD, verpflichtet, ihren Biodiversitätsfußabdruck zu berechnen und zu veröffentlichen. Die meisten Unternehmen sind mit der neuen Berichtspflicht überfordert und so häufen sich bei den großen Beratungsfirmen dementsprechend die Anfragen. Neben Digitalisierung, KI und Klima hat sich dort Biodiversität zum Topthema entwickelt. Thomas Wagner kennt sich mit Biodiversitätsrisiken aus, denn er leitet als Senior Manager bei der Unternehmensberatung Accenture das Natur- und Biodiversitätsteam für den deutschsprachigen Raum. Zuvor hat er als Partner bei Akzente in München gearbeitet, die sich auf Nachhaltigkeit spezialisiert haben. Akzente ist bereits vor gut zwei Jahren mit den 60 Mitarbeitenden von Accenture gekauft worden. Im aktuellen Brand 1 Thema, die besten Unternehmensberatungen 2024, beschreibt er im Artikel die Vermessung der Umwelt zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen, wie er Unternehmen zu Nachhaltigkeitsthemen berät. Und genau darüber wollen wir in dieser Episode des Podcasts sprechen. Und deshalb sage ich Hallo und herzlich willkommen, Thomas Wagner. Schönen guten Tag, freut mich da zu sein. Ist denn eigentlich nur der Green Deal der EU-Kommission schuld am rasanten Aufstieg des Themas Biodiversität? Ich sage mal so, die Regulatorik hat schon durchaus einen maßgeblichen Einfluss darauf, dass das Thema jetzt ganz verstärkt in den Unternehmen zum Bewusstsein wird. Wir haben aber natürlich auch den Kapitalmarkt, der darauf immer stärker auch in den letzten Jahren Fokus gelegt hat, weil dort einfach auch aus Sicht von Analysten, Investoren durchaus Anlagerisiken bestehen. Und noch dazu als dritten Faktor natürlich die Zivilgesellschaft, die schon länger als die Regulatorik versucht, das Thema auf die Agenda zu pushen und die jetzt im Zuge dieses, ich sage mal, Krümulation der verschiedenen Faktoren hier auch nochmal stärker und lauter auftritt. Dann schauen wir doch mal auf die Risiken, die da auch der Kapitalmarkt sieht. Was sind das denn für Risiken? Na ja, da reden wir zum einen davon, dass bestimmte Rohstoffe einfach nicht mehr bezogen werden können, dass wir hier von Disruption der Lieferketten sprechen können, wenn beispielsweise Rohstoffe, die aus Minen bezogen werden können, dort nicht mehr aufgrund von regulatorischen Anforderungen dort vor Ort gewisse Einschränkungen unterliegen und diese Rohstoffe dort nicht mehr bezogen werden können, ist erstmal ein großes Risiko für einen Anlieger, wenn dort gegebenenfalls wirklich relevante Rohstoffproduktionen nicht mehr bezogen werden können. Also was ist das zum Beispiel, so Kobalt, Gold und solche Fälle? Da reden wir natürlich davon, ja. Und das ist natürlich auch interessant, wenn Sie gerade solche Rohstoffe ansprechen, weil hier kommen wir zum interessanten Wechselspiel zwischen Lösungen, die wir vielleicht für andere Probleme benötigen, wie für den Klimawandel, die Elektrifizierung, geht natürlich einher, dass wir hier ganz bestimmte Rohstoffe dann dafür nochmal brauchen, für die Batterien beispielsweise. Und das geht einher mit einer verstärkten Aktivität bei Minen, wo Minen erweitert werden, neue Minen aufgemacht werden und dadurch, ja, wir so ein interessantes Wechselspiel haben. Wir wollen eine Lösung für ein eines Problems schaffen, schaffen uns aber dadurch womöglich ein anderes. Sind das diese sogenannten Übergangsrisiken, mit denen man auch zu tun hat? Ja, also genau. Übergangsrisiken sind letztendlich, sag ich mal, alle Risiken jenseits von physischen vorhandenen Risiken. Also Übergangsrisiken können genau das sein, dass aufgrund von veränderten Markttrends hier ein Risiko besteht, das weiter zu machen. Das können aber natürlich auch regulatorische Risiken sein, insbesondere die darauf kommen, oder auch gegebenenfalls Technologierisiken, die entstehen. In der vergangenen Ausgabe dieses Podcasts, hier haben wir ja über die Messbarkeit von Spenden gesprochen. Das klingt jetzt erstmal weit weg, aber wir haben da festgestellt, dass es zumindest schwierig und oft sehr, sehr komplex ist, das überhaupt zu messen, ob die beispielsweise erfolgreich sind. Und geht das denn bei Biodiversität einfacher? Ja und nein. Es kommt natürlich immer darauf an, von was für Maßnahmen wir reden und von was für eine Messung wir auch reden. Also das haben wir auch in aktuellen Projekten tatsächlich auch immer die Herausforderung, so welche Art von Messung nehmen wir vor. Ganz einfach zu messen ist natürlich, ist eine bestimmte Maßnahme durchgeführt worden und erfolgreich umgesetzt worden. Punkt. Das ist relativ einfach zu messen. Schwieriger und wenn wir dann davon sprechen, was tatsächlich auch als Impact dabei entsteht, also welche Wirkung tritt tatsächlich hervor. Und hier haben wir beim Thema Biodiversität und Natur schon durchaus eine große Messproblematik, weil wir letzten Endes dann vor Ort Messungen durchführen müssen, wie es denn um den Zustand der verschiedenen Spezies, der Flora, Fauna bestellt ist, bis hin zu solchen Sachen, inwiefern denn auch tatsächlich Brutpaare dort denn auch in genügendem Umfang dann wieder da sind, um die Biodiversität dort dann auch von der bestimmten Art aufrechtzuerhalten zu können. Kleiner Spoiler, wer die Episode noch nicht gehört haben sollte, es geht genau um diese Wirkung, um den Impact sozusagen, weil das eben doch ein bisschen komplizierter zu messen ist. Aber jetzt nehmen wir mal an, ich wäre Unternehmenschef und hätte die nötigen finanziellen Mittel, um mich von Ihnen beraten zu lassen. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich komme zu Ihnen und Sie sagen, was gucken wir uns zuerst an? Wir fangen klassischerweise mit so einem Trichter an, weil das Thema ist durchaus komplex und auch, wenn es der schöne Fall eintreten sollte, dass unbegrenzte finanzielle Mittel zur Verfügung stehen würden, Zeit ist es meistens nicht, die zur Verfügung steht. Und darum fangen wir in der Regel mit so einer höheren Wesentlichkeitsanalyse an, schauen uns zunächst mal von den verschiedenen Aktivitäten, den direkten Aktivitäten des Unternehmens an, welche sind denn da prinzipiell die mit dem größten Impact verbunden und schauen uns dann, und das ist meistens die Stelle, wo der größte Impact eigentlich besteht, in der Lieferkette, dort auf einer Warengruppenebene an. Welche Warengruppen werden denn dort eingekauft von dem Unternehmen und wie sind die denn potenziell grundsätzlich denn mit negativen Auswirkungen auf die Biodität behaftet und gehen dann den Schritt weiter, dass wir dann das mit einer Länderanalyse verknüpfen, um dann letzten Endes durch verschiedene Schritte hindurch tatsächlich zu den Orten zu kommen, wo auch diese Auswirkungen bestehen. Weil das ist natürlich der große Unterschied, der beim Thema Biodiversität beispielsweise im Vergleich zum Klimathema besteht. Das ist immer extrem relevant, wo die Auswirkungen bestehen. Bei CO2, sage ich mal, ist es relativ egal, an welchem Ort der Erde das in die Atmosphäre entlassen wird. Es ist dieselbe Atmosphäre. Bei der Biodiversität macht es natürlich schon einen Unterschied, ob ich jetzt Rohstoffe aus dem Boden hole, womöglich in der Gegend, wo ein sehr sensitives Gebiet ist und schon in den letzten 20 Jahren ein drastischer Rückgang der Biodiversität zu verzeichnen war. Oder ob das eigentlich ein urbanes Gebiet ist, wo das nicht so ein relevanter Faktor ist. Da kommen wir dann auch zu einem Randaspekt, den ich ganz interessant fand, der da auch diskutiert worden ist bei Brand 1 Thema, dass es meistens wenig nützt, wenn, ich sage mal, vom Firmenhauptsitz die Streuobstwiese angelegt wird und da der schöne Honig kommt, wenn irgendwo im subsaharischen Raum eine Mine irgendwie betrieben wird. Das ist richtig, genau. Darum, wie gesagt, dieser erste Schritt erstmal festzustellen, wo denn tatsächlich die groben Hotspots liegen, ist sehr relevant, anstatt, sage ich mal, gleich vereinzelte Maßnahmen zu machen, die sich vielleicht im ersten Schritt in kürzer Zeit vielleicht gut vermarkten lassen, aber auf längere Sicht dann gegebenenfalls auch wieder auf einen zurückfallen. Thomas Wagner, Leiter des Natur- und Biodiversitätsteams für die deutschsprachige Region bei der Unternehmensberatung Accenture, hier im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM. Und wir sprechen in dieser Episode noch eingehender darüber, wie genau sich der Einfluss eines Unternehmens auf Natur und Biodiversität vielleicht messen lässt, vor welchen Herausforderungen Unternehmen auch stehen und wie Unternehmen das Thema vielleicht am besten angehen können. Herr Wagner, Sie haben es ja gerade schon so ein bisschen beschrieben, diesen Biodiversitätsfußabdruck zu messen. Das ist jetzt mal ganz pauschal gesagt im Vergleich zum CO2-Fußabdruck deutlich komplizierter. Und so stelle ich es mir jetzt ein bisschen persönlich vor, vielleicht hier und da auch frustrierend oder vielleicht sogar entmutigend, schon allein wegen dieser ganzen Fülle an Zahlen und ich sage mal, der Größe des Trichters. Sie haben es ja so schön dargestellt. Was empfehlen Sie denn Unternehmen in dieser Situation wirklich, um schnell an den unteren Teil des Trichters zu kommen? Also zunächst mal die große Empfehlung, sich nicht entmutigen zu lassen am Anfang, weil man muss sich dessen auch bewusst sein, es gibt immer Lücken. Also bislang noch kein Unternehmen festgestellt, dass es so eine nahtlose Datenlage hat, dass man da wunschlos glücklich bis zum Ende auch genau alles so vermessen kann, wie man möchte, sondern es wird immer Lücken geben. Es ist aber trotzdem wichtig, einfach auch tatsächlich einfach mal pragmatisch anzufangen bei dem Thema. Und wenn man dann eben feststellt, und das wird man feststellen, dass gerade im Bereich der Lieferkette die Daten nicht die besten sind, dann sich zumindest auf die Daten zu konzentrieren, die man hat, um dort zumindest Nährungswerte zu erhalten, wo ich dann einfach auch dann weiß, okay, im nächsten Schritt ist eigentlich das Land XY genau das, wo ich jetzt noch mal tiefer graben muss. Und da kann ich mir jetzt auch konkret überlegen, wie komme ich denn an diese Daten, weil ich hier einfach begründeten Verdacht habe, dass da große Auswirkungen und auch resultierenden potenziell große Risiken für mich als Unternehmen schlummern. Stichwort Unternehmen, da ist dieses Thema Biodiversität ja durchaus schon angekommen. Oft war es aber in den vergangenen Jahren auch so, dass es so ein bisschen in den Nachhaltigkeitsteams vielleicht verschoben worden ist, manchmal vielleicht auch dort dann irgendwie versandet ist. Sie als Berater achten darauf oder wollen darauf achten, dass das Thema bei den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern landet. Wie machen Sie denn das? Ja, also ich gebe Ihnen recht, in der Vergangenheit ist das Thema unter ferner Liefen oftmals gelaufen. Hat natürlich auch damit zu tun, dass wir lange, lange Zeit verschlafen haben, die unterschiedlichsten Nachhaltigkeitsthemen anzugehen. Und dann kam natürlich alles und kommt jetzt alles sehr, sehr geballt. Auch zusätzlich von der Regulatorik noch her gefordert. Und da war man in der Vergangenheit froh, wenn man zumindest irgendein Thema hatte, wo man erst mal sagen konnte, ja, das lassen wir es erst mal links liegen. Da wüssten wir vielleicht auch gar nicht viel darüber. Punkt. Wir kümmern uns um Klima, Menschenrechte, Kreislaufwirtschaft. Das ist erst mal genug zu tun. Jetzt kommt das Thema glücklicherweise auch schon allein in den Vorstandsetagen an, weil eben beispielsweise die Investoren direkt dort nachfragen oder weil natürlich auch bestimmte andere Gruppen wie NGOs dort sehr lautstark agieren und da entsprechend auch einfordern. Was wir dazu machen, damit das Thema einfach auch noch, weil das ist oft das Problem, das ist schwer greifbar. Das ist nicht nur für die normalen Menschen, sondern auch in der Vorstandsetage, und die auch zu normalen Menschen gehören, oftmals schwer greifbar. Was bedeutet das denn eigentlich jetzt für mich als Unternehmen? Und da ist der pragmatischste und beste Ansatz, tatsächlich über die Risikoexposition zu gehen. Man kann lang und breit darüber sprechen, was für Auswirkungen bestehen. Richtig relevant und greifbar wird es, wenn man das in Form von Risiken übersetzt, die da einfach potenziell schlummern, die unglaublich schwer zu quantifizieren sind. Aber das hindert auch das klassische Risikomanagement aktuell ja nicht daran, auch Risiken, die sich schwer quantifizieren lassen, auch aufzunehmen und zu bewerten. Wie kann man denn das bewerten? Man kann es vor allem qualitativ bewerten, indem man logische Verknüpfungen herstellt, in Form von Abhängigkeiten, die in Unternehmen bestehen. Also beispielsweise, ich bin vom Rohstoff XY abhängig. Bei dem Rohstoff, das beziehe ich aus den und den Ländern. Hier sehe ich, dass sich dort in den nächsten zehn Jahren ist stark zu erwarten, dass die Wasserverfügbarkeit extrem zurückgehen wird. Dadurch ist dieser bestimmte Rohstoff sehr stark gefährdet, was dazu führen wird, dass die Preise nach oben gehen werden, dass eine insgesamte Knappheit vielleicht auch herrscht und dass ich mich um mindestens eine Supposition kümmern muss. Jetzt vielleicht ein bisschen verkürzt gesagt, aber Sie haben es auch hier und da schon angesprochen. Könnte man so weit gehen und sagen, und das deutet auch Ihre letzte Antwort so ein bisschen an, dass das von vielen aktuell so gehasste Wort der Lieferkette schon so ein bisschen der Schlüssel ist, auch zum Thema Biodiversität? Ist in den allermeisten Branchen definitiv der Fall. Und ja, Sie sagen es, verhasstes Stichwort. Ich würde es mal eher so umdeuten, dass dort natürlich ein ganz großer Schlüssel liegt und natürlich auch eine Chance, diese Themen gesamthaft anzugehen. Weil was ich für das Thema Biodiversität genauso brauche, wie für das Thema Menschenrechte, ist erst mal eine Sichtbarkeit. Also ich muss meine Lieferkette kennen und nicht nur die direkten Lieferanten, sondern auch die darüber hinausgehenden Lieferanten. Weil oftmals liegen eben genau diese Auswirkungen sowohl beim Thema Menschenrechte als auch beim Thema Biodiversität in der Mine auf dem Feld. Ihr eigenes Team, um da mal so ein bisschen in die konkrete Arbeit auch von Ihnen zu kommen, ist spezialisiert auf das Thema Nachhaltigkeit. Sind in Ihrem Team überhaupt, ich sage es mal so, klassische Unternehmensberaterinnen und Unternehmensberater? Ein paar, ja. Aber das ist tatsächlich die Ausnahme. Wir haben eine ganz bunte Mischung aus Leuten, die teilweise aus der Verwaltung kommen, Leute, die aus der NGO kommen, Leute, die direkt nach dem Studium eingestiegen sind und dann langsam groß geworden sind im Beratersein. Wir haben wenig, sage ich mal, so direkte Quereinsteiger, die schon davor eine Beratungslaufbahn hinter sich haben. Würden Sie so weit gehen und sagen, dass Ihr Team deshalb vielleicht auch ein bisschen anders arbeitet als jetzt das ganz klassische Beraterinnen- und Beraterteam? Würde ich sehr stark unterstreichen, in der Tat. Ich glaube, das ist auch das, was uns einfach auch auszeichnet, manchmal vielleicht ein bisschen zu verkopft erscheinen lässt, weil wir natürlich den Anspruch haben, die Sachen auch ganzheitlich zu betrachten. Ich sage mal, der klassische Berater ist ja sehr, sehr stark und sehr, sehr gut darin, die Probleme reductionistisch anzugehen. Also ich habe ein Problem und das gehe ich ganz systematisch an und löse es und ignoriere dabei aber in der Regel, was denn links und rechts auch passiert. Und das ist genau bei solchen Themen wie Biosität sehr schwer oder führt zu einer eingeschränkten Sichtweise, wenn man die verschiedenen Wechselwirkungen, die einfach auch gerade mit anderen Umweltaspekten, mit anderen Herausforderungen bestehen, nicht im Blick hat, sondern es nur isoliert angeht. Das heißt, so Geisteswissenschaften und beispielsweise wie bei Ihnen, Soziologie ist da eher hilfreich aus Ihrer Perspektive. Ich will jetzt die Naturwissenschaften nicht runterziehen, aber ja, in der Tat würde ich jetzt auch als Störer aus Stärke betrachten. In dem Brand 1 Thema Heft steht auch ein ganz interessanter Satz, der Marathon gegen den Biodiversitätsverlust ist nur gemeinsam zu gewinnen und deshalb würden sich in den letzten Jahren ganz unterschiedliche Interessengruppen zusammenfinden. Beobachten Sie das auch so? Und wenn ja, wer ist da mit dabei? Ja, in der Tat. Also hat vor allem auch natürlich mit der Komplexität des Themas zu tun und auch mit dem Zeitpunkt, wo wir uns jetzt gerade befinden, dass es einfach darum geht, das Thema hoch auf die Agenda zu bringen und so ein allgemeines Bewusstsein zu schaffen, mit dem wir einfach auch viel zusammenarbeiten, sind unterschiedliche NGOs, die wir dann einfach auch bei Kundenprojekten dann mit einbinden, um dort von der Seite das nochmal gespiegelt zu bekommen und natürlich auch, um den direkten Austausch des Unternehmens mit wichtigen Anspruchsgruppen hier auch zu ermöglichen. Wir sind aber auch im Austausch jetzt vermehrt auch gerade mit Vertretern von Anlagehäusern, von Analysehäusern, weil da natürlich auch dieses Thema der Messung ganz groß im Fokus steht und dort auch Herausforderungen bestehen. Wie mache ich das denn auch jetzt tatsächlich messbar, um dort mein Portfolio damit tatsächlich zu bewerten zu können? Und wir sind auch durchaus, was vielleicht nicht so selbstverständlich ist, auch mit verschiedenen anderen Beratern immer mal wieder dazu im Austausch, um uns auszutauschen, einfach wieder, da verschiedene Ansätze sind, wie die funktionieren und auch wie man gegebenenfalls dann gemeinsam auch dort das Thema angehen kann. Wie erklären Sie sich diesen Schulterschluss, der teilweise ja durchaus ungewöhnlich ist? Der hat, denke ich, damit zu tun, dass nicht nur die Unternehmen, sondern auch die Berater da einiges nachzuholen haben bei dem Thema. Es standen einfach in den letzten Jahren ganz andere Themen im Bereich Nachhaltigkeit hoch auf der Agenda und da haben wir, das sind wir, sage ich mal so, zehn, fast 20 Jahre hintendran im Vergleich zum Thema Klima einfach. In der Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich tatsächlich auch zum allerersten Mal, muss ich zugeben, vom Netzwerk Business for Nature gehört. Was ist das denn? Das ist ja so ein gutes Beispiel für einen Zusammenschluss, wie Sie es gerade genannt haben. Das ist ein Zusammenschluss von den unterschiedlichsten Institutionen. Also da sind sowohl Berater dabei, als auch Organisationen wie der CDP oder der WBCC, also World Business Council for Sustainable Development. Und der Business for Nature hat eben tatsächlich auch genau dieses Ziel, das Bewusstsein zu schärfen für das Thema, das dort hoch auf die Agenda zu bringen, gleichzeitig aber auch eben konkrete Anleitungen zu bieten, sowohl für Regierungsstellen als aber auch für Unternehmen. Jetzt haben Sie vorhin schon so ein bisschen, ich sage mal, den Anfang so eines Prozesses skizziert, wenn man auch nicht unendlich viel Zeit hat, aber wie man der Sache sich so ein bisschen nähern kann. Welche Rolle oder welches Selbstverständnis haben Sie denn so als Berater oder Beraterin, wenn Sie jetzt zusammenarbeiten mit so einem Unternehmen? Also was ist Ihre zentrale Funktion? Ich würde gerne ein paar mehr Funktionen als eine nennen, aber zentral ist sicherlich, dort der inhaltliche Sparingspartner zu sein, weil gerade in Unternehmen vor dem Hintergrund der unterschiedlichen regulatorischen Initiativen, die ja gerade zum Thema Nachhaltigkeit aufschlagen, herrscht dort oftmals einfach ein Mangel an Expertise zum Thema. Und das ist, würde ich mal sagen, vorrangig unsere Aufgabe hier aus einer inhaltlichen Fachexpertise heraus zu unterstützen, wie gehe ich das Thema vor allem natürlich einfach pragmatisch und zielorientiert an, dass ich hier auch relativ bald zumindest das erste Ergebnis habe, auf den ich aufbauen kann und die ich dann eben auch mal im Management präsentieren kann, um mir das Commitment einzuholen, hier auch tatsächlich weitermachen zu können. Daneben, und da kommen wir schon zur zweiten Funktion, sind wir natürlich schon definitiv auch dazu da, um das Thema im Unternehmen auf die Agenda zu bringen und voranzutreiben. Also eben gemeinsam mit dem spezifischen Auftraggeberunternehmen zu überlegen, wie schaffe ich das denn, das in die Organisation reinzubringen und auf welche Netzwerke kann ich hier denn zurückgreifen, weil das muss man sich natürlich auch bewusst sein, auch wenn wir jetzt von den letzten zwei Jahren hier einen großen Hype um das Thema erleben, neu ist es nicht in den Unternehmen. Also wir haben in nahezu allen Unternehmen haben wir mindestens Umweltverantwortliche, die sich um das Thema Biodiversität kümmern. Wir haben auch teilweise direkte Biodiversitätsexperten, die eben vor Ort, vielleicht nur in bestimmten Geschäftseinheiten, aber dort vor Ort tätig sind und sich eigentlich richtig gut auskennen, was denn die verschiedenen Auswirkungen beim Unternehmen angeht. Und da geht es dann eben auch darum, diese Quellen anzuzapfen und auch zusammenzuführen, weil das in der Vergangenheit einfach oft auch nicht passiert ist, ist, dass man aus den unterschiedlichen lokalen Erkenntnissen dann eben auch hoch aggregiert strategische Schlüsse gezogen hat. Das heißt, da geht es so ein bisschen auch um Sichtbarkeit und um Kompetenzen, die schon da sind. Absolut, genau. Und das sollte man definitiv nicht vernachlässigen, weil zum einen will man keine Parallelstrukturen aufbauen und zum anderen sind es Kollegen dann meistens, die seit 20, 30 Jahren im Unternehmen da sind, das richtig gut kennen und natürlich auch ein gewisses Standing haben und in ihrem Bereich dann auch das Thema Fürsprecher sein können, sehr wertvoller. Gibt es denn bei Ihnen im Alltag irgendwie sowas, wo Sie zuletzt gesagt haben, oh, da haben wir wirklich was bewegt, da haben wir wirklich mit unserer Initiative und unserer Beratung eine echte Veränderung angestoßen, eine echte Wirkung? Ja, das bei einem gerade aktuell abgeschlossenen Projekt war da tatsächlich der, wie ich fand, der schöne Fall eingetreten, dass das auch bis hoch in die Vorstandsetage tatsächlich richtig auf die Agenda gekommen ist und hier jetzt große strategische Entscheidungen für das gesamte Neugeschäft unter der Prämisse jetzt auch betrachtet werden. Und das ist natürlich schon sowas, was man, ja, gerade wenn ich komme von einer kleineren Beratung, was wir damals als großen Impact vermutlich nicht hätten haben können und was jetzt im Rahmen eines doch größeren Unternehmensberatungsgeflecht, wo wir das jetzt befinden, auf einmal möglich ist. Ich höre da auch raus, insgesamt in Ihrer Analyse, dass Sie schon sagen, ja, es ist kompliziert, es ist komplex, wir müssen die Leute, die da sind, sichtbar machen, wir müssen irgendwie Sparingspartner sein. Aber grundsätzlich, glauben Sie, ist es schon A, möglich und B, werden Veränderungen passieren? Ja, definitiv. Und was uns hier auch groß reinspielt, ist natürlich auch, was an der ganzen Datenfront und mit dem Thema künstliche Intelligenz auch passiert hier, weil die größte Herausforderung ist prinzipiell das Thema Daten beim Thema Biodiversität, die richtigen und in der guten Qualität zu bekommen. Und hier haben wir oftmals bei den Unternehmen vielleicht tausende einzelne Umweltaspekta-Analysen, die rumliegen in PDF-Format, teilweise vielleicht noch gar nicht eingescannt. Und hier bieten sich natürlich dann gerade mit der jetzt wirklich rasant fortschreitenden Analyse-Möglichkeit durch Gen AI und andere Sachen sehr große Potenziale, das tatsächlich auch skalieren zu können und hier wirklich diese Erstanalyse-Phase unglaublich zu beschleunigen und die Qualität dabei gleichzeitig zu erhöhen. Das sagt Thomas Wagner, der Leiter des Natur- und Biodiversitätsteams bei Accenture für den deutschsprachigen Raum. Ich sage vielen Dank für die Einblicke und Erklärungen. Sehr gerne. Danke fürs Gespräch. Und den kompletten Artikel von Andreas Molitor, die Vermessung der Umwelt, findet ihr ab Seite 76 des Brand1-Thema-Heftes Die besten Unternehmensberater 2024 und klar online auf brand1.de. Wir verlinken euch den Artikel digital in den Shownotes und im begleitenden Online-Artikel bei detektor.fm. Wenn euch dieser Podcast hier, der Brand1-Podcast von detektor.fm gefällt, dann folgt uns doch gern, egal auf welcher Podcast-Plattform ihr auch eure Podcasts so hört. Falls ihr, wie die allermeisten von euch, diesen Podcast bei Apple Podcast hört, sucht einfach nach brand1-Podcast und tippt dann mit dem Daumen oder Zeigefinger, ist eigentlich wurscht, kann auch der kleine Finger sein, auf das blaue Podcast-Cover. Und wenn ihr oben auf das Pluszeichen tippt, folgt ihr direkt diesem kleinen, aber feinen Podcast hier. Zusätzlich könnt ihr uns natürlich auch gern 5 Sterne da lassen. Das würde uns sehr freuen und tatsächlich auch ein bisschen helfen, im großen Podcast-Ökosystem noch besser sichtbar zu sein. Wir können uns dann kommende Woche am Freitag hier im Podcast wiederhören. Würde mich freuen. Ich bin raus für diese Woche und sage Tschüss, Ciao und auf Wiederhören. Der Brand1-Podcast Wirtschaft anders denken Jede Woche bei detektor.fm Der Brand1-Podcast wird produziert vom Podcast-Radio detektor.fm Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Katja Stamm in Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand1-Magazin Moderation Christian Bollert